Hallöchen, ihr war Nausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Dungeon Rushers. So, als letztes hatten wir hier die Burg fertig gemacht. Wir werden weitergehen und doch mal schauen, was wir noch so finden und bekommen und freischalten ein Event. Schön. Toll, toll gemacht. Da sind die ersten Monster und wir haben zwei Crossbowmen und einen Warlock. Okay. Ja, die sind alle natürlich dran, deswegen haben wir erstmal so einen Crossbowmen weg. Ja, genau. Du hast den mal bitte weg. Danke. Du haust den weg. Du haust den weg. Sehr schön. Alle dort. Einen Aschenbogen. Toll. Skeleton Lancer, Necomancer und ein Warlock. Ähm. Ja, die sind natürlich alle dran. Der Warlock ist am schlimmsten, finde ich. Genau deswegen. So. Ähm. Du haust mal den weg. Du haust den weg. Und der ist tot. So. Schönes Ding. Feiltränke finden wir geil, muss ich sagen. Ich hab nämlich keinen mal wieder. Warum auch? Eine Falle. Noch eine Falle. Oh Mann. Schöne Sackgasse. Zwei Warrior und ein Warlock. Boah, die Warlocks, die gehen mir so auf in Nüsse. Ne, das gibt's gar nicht. So, wenn's bisse. Toll. Schönes Ding. Ohne Halterang ist immer kacke. So, erstmal beide killen. Ein Magic Bone, immerhin. Wo ist denn die? Loot. Hey, wir haben mal Loot gefunden. Mein Gott. Surprise. Toll. Ich bin begeistert. Und wie? Toll. Super. So, wir schauen uns mal mit dem Zwerg. Irgendwie versuchen die Kiste zu finden. Maa, ey. Problem ist, er gibt keine XP. Wo ist denn die scheiß Kiste jetzt? Na ja, schon klar. Oh nein. Das war's. Das war's. Sag ich doch. Gut, wir wurden mal wieder defeated. Ja, ja. Ne Health Potion, Vincent. Immerhin. Maa, ey. Können wir was craften? Gambeln können wir auch. Water, hey. Damage Guard, wow. Potion of was? Was ist das? Keine Ahnung. Stealth of Death, hey. Uh, eine Iron X. Oh, na scheiße, kriegst du die hier. Wer bringt mir das jetzt? Ja. Habe ich das jetzt ge- äh, ja sicher. Was ist das hier? Achso. Die Iron X kannst du haben, das Ding kannst du haben. Schauen wir mal, ob wir irgendwas craften können vielleicht. Nix eigentlich. Nichts. Nichts Gutes auf jeden Fall. Nichts Gutes auf jeden Fall. Na ja, da müssen wir halt. Weiter dahin. Schauen. Wow. Bäh. Ah, gut. Die sind jetzt... Gutes, die sind nicht so stark. Der beschwert den Widder. Das ist eigentlich relativ gut. Dann haust du den da unten weg. Du haust den weg. Du haust den weg. Und gut ist. Das Problem ist, wir müssen echt Level steigen. Das geht so nicht weiter. Oh, die schlafen alle. Das ist gut. Dann hau du mal den. Der pennt. Aber er schießt trotzdem. Natürlich. Dann haust du den mal da unten weg. Du haust Oemes schon einmal. Dann wird der gesterben. So, und jetzt geht's auf den, ne? Und weg. Sehr gut. Amulett auf Deeds. Auf the Dead. Dead. Ein Leben weniger, aber fünf. Schnelligkeit oder was auch immer. Aha. Schon wieder zwei Lancer. Warum denn immer zwei Lancer? Ach, du siehst den nicht. Dann mach mal auf den. Und du haust den bitte weg. So. Hey, du Schmock. Auch damit, du. Du Hunde. So. Ein Kopf. Oder ein Schädel besser. Was ist das? Am Geimgang? Cool. Gehen wir doch mal hin. Müssten Magical Power. Okay. Bring mir wahrscheinlich richtig wenig, weil wir haben im Prinzip nix. Und Loot, Flux und so weiter. Und Armor Break. Jawohl. Armor Break brauchen wir auch. Ist ganz wichtig. Oh Mann. Da ist wieder eine Falle. Und noch eine. Jawohl. Lohnt sich. Das sieht aber stark wieder nach einer Sackgasse aus hier. Schauen wir mal. Da ist eine Sackgasse. Und da auch. Dann gehen wir mal hier hin. Beware of the fuck. Nothings. Nichts ist schlimmer als zwei Schatten im Nebel. Oder in der Dunkel. Äh. Im Dingens. Ja, ist doch klar. Ich hätte auch keinen Bock auf zwei Schatten. Lass mal auf den da hin. Deswegen ist er aufgewacht. Ah. Alles klar. Aber der ist der erste, der stirbt. Bitte. So. Und ihr. Du. Scheiße. Du kannst keinen killen. Dann machen wir das. Das war Blödsinn, was ich gemacht habe. Jetzt sind sie alle drei dran. Gott. Ich habe mich so weit von selten in dem hier. Das gibt es gar nicht. Ist er noch am knacken? Nein. Okay, was habe ich jetzt gemacht? Den Typen. Ach, wegen dem Fock oder was? Oh, toll. Komm, töte den. Danke. Mein Gott. Scheiße, Nebel. Ein Eisenhelm, okay. Danke. Mein Gott. Und wir haben so ein Leck auf Lamp gekriegt. Das heißt, wir könnten uns theoretisch einen Heilsranken machen. Alter Schwede. Können wir nicht mal irgendwann... Was anderes machen hier? Kriegen wir mal noch Leute? Vielleicht? Ja, nein, vielleicht. Ich wäre hier sehr verbunden. Nein. Schade. Wollen wir nicht mal angegriffen? Ich glaube nicht, wahr? Sieht nicht so aus, auf jeden Fall. Oder war es da? No one tried. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir mal weiter hier. Auf geht's. Eine Falle. Oder besser, ein Mechanical Trap. Und da sind die erste Monster. Okay. Ach, der ist... Ich hasse halt, dass der immer dran ist, der Penner. Kannst ihn nicht heilen oder so? Blöder Sack. Oh, der ist gestoppt. Der ist gut. Der ist schick. So, du kriegst eine. Du kriegst eine. Und du kriegst jetzt auch eine. So. Tschüss. So. Klein Item. Warum auch? Hast du recht. Weg damit. Nichts. Monster. Oh, nun Crossbowman und Lancer. Das geht. Crossbowman und Lancer geht. Weil Crossbowman kann ich direkt killen. Und den kann ich im Prinzip auch gleich direkt killen. So. Ja, was hat man da? Genau, wo kriegt man ein Vampirzähne her? Hat er schon recht. Wir haben einen Crossbowman, den machen wir da immer weg. Der holt hier nicht wieder. Hätte ich aber eigentlich mit gerechnet jetzt. Stunt kriegt man auch nicht. Warum auch? Aber der kann den mal killen. Achso. Kein Mana, aber du kannst den so killen. Ne, oder auch nicht. Aber der ist gestunt. Sehr gut. Weg mit dir. Loot. Loot. Kein Item. Schade. Wir haben einen Vampir. Haben wir schon einen Vampir? Ne. Tatsächlich nicht. Der Zwerg müsste als erstes dran. Der wäre viel cooler. Weil er könnte versuchen, den Warlock zu stunnen, wenn er dran ist. So, weiter geht's. Gucken wir mal. Oh, Regeneration. Sehr schön. Bisschen Heilung. Und einmal Wasser gefunden. Okay. Wasser auch ganz wichtig. Was ist das? Mana Regeneration. Ähm. Was ist denn da? Ist nur der Monster gekommen? Ganz schön frech. Ganz schön frech von den Monstern. Muss man ja mal sagen. Aber immer ein neues Mana. Das ist gut. Dann können wir den schon mal killen. Dann können wir... Versuchen, eins zu stunnen. Was nicht geklappt hat. Warum auch? Aber den killen wir da unten. Und dann kriegt er halt jetzt Prügel. Das ist auch gut. So. Killen. 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 Dann können wir da oben. Ja, habe ich schon gelesen. Und das ist schon der scheiße Nebel. Dann lassen wir die mal schlafen. Der Bone Rider und der Dingle sind zuerst dran. Das heißt, ich würde sagen, wir hauen den erstmal weg. Weil die pennen noch, die beiden. Ja, die sind trotzdem dran. Natürlich sind die trotzdem dran. Warum auch? Nicht? Ähm. Du schießt schon mal... Ne. Du schießt den weg. Dann versuche ich den da hinten zu stunnen. Ja. Naja. Jojo. Egal. Müsst ihr eigentlich überleben. Poresen. Poresen. Hat natürlich nicht geklappt. Aber jetzt bist du tot. Auf Wiedersehen. Halbes Level noch, ey. Schon viel. Da ist die Kisten. Der ist nicht die Kiste. Schon wieder Loot. Mein Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das sind viele. Ach du meine Güte. Bone Rider. Der pendent nicht. Der Lancer. Dann greifen wir den mal an. Ihr pennt doch, ihr Pissnäcken. Was ist los mit euch? Ja, genau. Ach man. Ist der kackt Landzauner dran, ey. Zieh dich. Schlimm ist jetzt, sind alle dran. Ich hätte mal gerade einen Halt dran kriegen sollen. Uncool. Der bescheuerte Werder, der heilt den. Das wird sowieso nichts mehr. Selbst wenn. Wow. Wow. Wow, ein Crit. Immerhin. Alter, was für eine Bude, ey. Da war es das mit ihm. Und mit ihm war es auch. Alles klar. Puh. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall erstmal, die Folge war es das jetzt mal wieder. Und nächste Folge machen wir dann weiter. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal zu einer Runde Dungeon Rushers. Tschüssingen. Tschüssingen. Tschüssingen.